Das Familie Weingut Turkey Flat wird in der vierten Generation von Christie und Peter Schulz geführt. Gegründet wurde das Weingut 1847 und liegt direkt am Tanunda Creek. An den Ufern dieses Flusses kann man heute noch die wilden Truthähne beobachten, die dem Weingut einst seinen Namen gaben. Der Turk ist eine holzfassgereifte Cuvée aus Chiraz, Grenache, Cabernet und Movetre. Im Glas aber ein Schwarzrubin mit leicht violetten Reflexen. Da war ein üppiges Bouquet mit Aromen von Brombeeren, Heidelbeeren, Pflaume, Pfeffer, Kakao, etwas Speck. Leder, Laub, Minze und Pfeilchen. Am Gaumen ist der Wein opulent, mit einer leicht marmeladigen Frucht. Er ist würzig, tiefaromatisch, samtig und hat einen sehr langen Nachhall vom Pflaumenmus, Rauch und Kakao. Dieser Wein passt ganz hervorragend zu Barbecue und Schmorgerichten. Dieser sehr gute Wein zeigt die typische Charakteristika des Barossa Welles. Wir bewerten ihn mit 87 von 100 Punkten bei dem Lagerpotenzial bis 2014. Aus dem Bordeaux-Glas der Pure See kommt der Wein am besten zur Geltung. Aus dem Bordeaux-Glas der Hervorragenden Frucht. Aus dem Bordeaux-Glas der MULE. Vielen Dank.